Vorab eine kurze Info bevor das Video beginnt, ich habe das Ganze nämlich schon vor circa einem Monat aufgenommen, als es eben schon Gerüchte gab, aber ich habe dann letztendlich gewartet bis das Ganze offiziell verkündet wird, was jetzt eben geschehen ist. Deshalb ist die ein oder andere Aussage nicht mehr ganz so aktuell, zum Beispiel mit Oliver Glasner als Frankfurt Trainer, dennoch ist die Kernaussage des Videos die gleiche geblieben und damit jetzt viel Spaß mit dem Video. Der ablösefreie Transfer von Omar Mahmoud vom VfL Wolfsburg zur Eintracht aus Frankfurt wurde nun also auch offiziell verkündet und in diesem Video zeige ich, warum der Transfer des ägyptischen Nationalspielers ein guter Transfer für die Eintracht ist. Zunächst einmal wird er wohl auch bei Frankfurt auf Oliver Glasner treffen, der eben derjenige Trainer ist, der ihn zum Profi gemacht hat, damals bei Wolfsburg. Des Weiteren spricht für den Transfer natürlich, dass er ablösefrei ist. Mahmoud hat einen Marktwert von 6 Millionen Euro und zudem ist sein Gehalt eben auch bezahlbar für sein Niveau, also dementsprechend geht man da auch finanziell kein allzu großes Risiko ein. Mahmoud ist aktuell 24, bringt dementsprechend noch Potenzial mit, kann sich definitiv noch weiterentwickeln und könnte ähnlich wie viele andere Frankfurt Neuzugänge dort sein nächstes Level erreichen. Des Weiteren finde ich Mahmoud von den reinen Zahlen schon so ein bisschen underrated, weil seine Torbeteiligungen pro 90 Minuten sind deutlich höher, wie wenn man jetzt nur seine reinen Zahlen anschaut, da er eben häufig nur eingewechselt wird oder eben recht früh ausgewechselt wird bei Wolfsburg in der aktuellen Saison. Zudem passt er bei Wolfsburg meiner Meinung nach nicht unbedingt ins System und spielt halt eben wenig, wahrscheinlich auch aufgrund der Vertragssituation, weil Wolfsburg eben weiß, dass er nächste Saison nicht mehr da ist und sie kein Geld für ihn bekommen. Ähnlich wie Adeyemi und Mahlen bei Dortmund ist er meiner Meinung nach ein zu zentral orientierter Spieler für den Flügel neben einem Dreier-Mittelfeld und physisch nicht der Spielertyp, der als alleinige Spitze die Bälle festmacht und deshalb passt er meiner Meinung nach nicht in dieses 4-5-1, 4-3-3, je nachdem wie man es nennen will von Kovac bei Wolfsburg. Mamouche geht eben eher in die Tiefe mit Tempo, passt dementsprechend gut zur Spielweise von Frankfurt. Er bringt ein gutes Tempo mit, ist stark im Pressing, ist unter dem Radar auch wirklich Kopfballsteig für seine Größe. Gegen den Ball ist er wie gesagt im Pressing gut, aber auch defensiv zeigt er da wirklich guten Einsatz und hat auch gute Werte in den Statistiken. Sein Dribbling ist auf jeden Fall überdurchschnittlich stark, vor allem das Tempo-Dribbling gefällt mir echt gut von ihm. Zudem zählen die Distanzschüsse definitiv zu seinen Stärken, da haut er immer mal wieder den ein oder anderen Banger raus. Und sein Spiel zwischen den Ketten, zwischen den Linien ist auch echt gut, also er bewegt sich da gut zwischen Mittelfeld- und Abwehrkette der Gegner und kann da eben Bälle erhalten und dann eben aufdrehen mit Tempo in die Tiefe gehen. Beziehungsweise dann halt eben auch gute Steckpässe spielen, denn er spielt gute Pässe an sich, eben wie gesagt auch gute Steckpässe, aber eben auch zu viele riskante Pässe und wenig Sicherheitspässe, weshalb seine Passquote auch extrem schwach ist. Das lässt sich gewissermaßen auch mit seiner noch ausbaufähigen Entscheidungsfindung erklären. So ist es dann häufig so, dass er vielleicht den falschen Pass spielt, beziehungsweise abspielt, wenn er schießen kann oder schießt, wenn er noch spielen kann. Also da kann er sich definitiv noch in der Entscheidungsfindung verbessern. Des Weiteren ist er relativ auf seinen rechten Fuß angewiesen, also verlässt sich viel auf den rechten, macht relativ wenig mit dem linken Fuß und auch ansonsten von der Positionierung bewegt sich Mamouche eben am liebsten im linken Halbraum, was halt so ein bisschen sich mit Götze überschneidet, der eben bei Frankfurt den linken Halbraum besetzt. Da müsste man vielleicht schauen, Mamouche auf rechts, Götze, ja ist schwierig, weil eben Mamouche gerne von links kommt mit dem rechten Fuß und dann halt eben nach innen zieht. Ja, aber ich denke, das könnte man dennoch lösen, auch wenn es so ein kleines Problem darstellt. Mamouche bringt also Breite für den Kader. Er könnte nämlich als Stürmer spielen im 3-4-2-1-System, aber eben auch als hängende Spitze. Und vom Spielertyp her könnte er mit seinem enormen Tempo eben Kolumwani, aber auch Lindström ersetzen, wie gesagt, auf den zwei Positionen und zur Not könnte er eben auch die Schiene als Ringback beackern, ähnlich wie in Ansgar Knauf halt eben sehr offensiv interpretiert. Insgesamt ist Mamouche vielleicht qualitativ nicht der beste Spieler, der sich auch noch in einigen Bereichen verbessern kann und muss, aber von der Spielweise her ist er meiner Ansicht nach ein Perfekt-Fit, da er genau ins System und in die Spielweise der Eintracht unter Glasner passt. Das war also soweit meine Einschätzung zum Transfer von Omar Mamouche zur Eintracht aus Frankfurt. Was sagt ihr zu dem Transfer? Teilt ihr meine Einschätzung? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir sehr gerne ein Like und ein Abo da. und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao!